Es gibt ein Haus in Neuberglin, man nennt es Haus Abendrot. Es war der Ruin vieler guter Grund, von mir, mein Gott, litt ich Not. Hätt' ich meinen Anführer zugehört, ich wäre heute der Main. War jung und dumm, war ein armer Jung, auf den Abweg geführter Main. Gute Musik Ja, ist das. Was haben wir? Flieh, flieh, flieh! Zagt einem kleinen Schösser ein, dass sie mir nicht noch rennt. So weinen das Haus in Heidelberg, dass man seinem Grund angeht. Und der Frau von Heidelberg 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 auch in Heidelberg und der Frau von Heidelberg Untertitelung des ZDF, 2020